Auf der Bühne sitzt schon voller Erwartung und beim Spanke-Gastwort im Orchester sind sie referent zwei Themen. Voller Erwartung deshalb, wenn sich nun zeigen wird, ob sie die zahlreichen Proben auf dieses Konzertein gelohnt haben. Außerdem gibt es dennoch genug bei den 37 Jugendlichen des Forschungsorchesters, dass sie in diesem Jahr auch durch die Konzertechnung neu zu gehen, komplett neu formiert hat. Insgesamt wurden nämlich 19 Jungmusikern zum Orchester aufgenommen, die teilweise noch nicht einmal ein volles Jahr ausgebildet sind. Zum Auftakt spielt das Wartung-Orchester 100 Stück, der Games Down and Outlaw von Brian Connolly. Wir wünschen Ihnen, liebes Publikum, nur gute Unterhaltung und unserem Forschungsorchester in das Leben. Applaus 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 Amen. 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 Amen.